Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zum Monster Hunter Generations Ultimate. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, weil ja jetzt noch ein weiteres Video erschienen ist, geht es doch noch weiter mit den Village Quests. Ich musste mich einmal schlau machen und habe festgestellt, um die finalen Quests hier im Village zu bekommen, muss man halt auch im Hub, also hier im Lager quasi bis in den G-Rank kommen. Das heißt, ja, für euch war es nur ein kleiner Sprung zur nächsten Folge. Für mich war es ein bisschen Offline-Zockerei ohne Video zu machen. Einmal komplett durch den Hub durchprügeln bis in den G-Rank. Ich habe zugegebenermaßen nur die Key-Quests gemacht, aber auch das hat Zeit genug gefordert oder war aufwendig genug, gerade gegen Ende. Im High-Rank die letzten Kämpfe waren doch extrem oder doch relativ schwierig gewesen. Der vorletzte war gegen einen Narkarkos, der kommt hier glaube ich auch nochmal im Village und der letzte Kampf gegen einen Diablos und der hat rausgehauen, muss ich sagen. Das hatte ich aus dem Village gar nicht so in Erinnerung, ja. Er hat Schläge rausgehauen, da habe ich mal eben 50% meines Lebens verloren und zwei davon hintereinander abbekommen war ich halt mal eben tot. Also der war schon extrem eklig. Und der Narkarkos ist ein kleiner Spezialkampf, das werden wir wie gesagt hier auch noch zusammen sehen. Also ich finde ihn relativ speziell, da muss man erstmal rausfinden, was überhaupt genau zu tun ist. Man kämpft ihn zwar auch mit seinen normalen Waffen, nichtsdestotrotz erfordert er gewisse Kenntnisse über den Kampf und deswegen habe ich da glaube ich auch drei, vier Versuche gebraucht, bis ich mal so gecheckt habe, was alles zu tun ist und wo die Schwachpunkte sind. Aber das werden wir später noch sehen. Jetzt gucken wir erstmal, was unser Vyvanteurer hier zu erzählen hat. Jäger, wir haben neue Befehle der Vykademie erhalten. Es sind schreckliche Monster aufgetaucht. Wir haben hier Akantor, Ukanlos, Amatsu und Narkarkos. Okay, ich muss sagen, diesen Narkarkos, den kenne ich jetzt halt schon. Akantor, Ukanlos, Amatsu sind mir völlig unbekannt. Selbst ihre Namen klingen furchteinflößend. Gut, dass nicht ich gegen sie kämpfen muss. Äh, ich meine, ich habe volles Vertrauen in dich. Ich habe dir vier, ich habe die vier als dringende Quest vorbereitet, also kümmere dich bitte um sie. Mach ich doch natürlich. An den Jäger mit den komischen Klamotten. Ich bitte um ihre Aufmerksamkeit. Soeben wurden weitere dringende Quests freigeschaltet. Du hast das Zeug dazu, keine Frage, aber das heißt nicht, dass du sie unterschätzen solltest. Klar, wobei... Ach, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Du bist die Elite der Elite, wenn es ums Jagen geht. Also vergiss es einfach, ja? Questliste folge meinem Ruf. Ich beschwöre dich. Begib dich in die Hände dieses eifrigen Jägers. So, hoch. Gibt es eine dringende Quest? Hier ist wahrscheinlich wieder... Äh, jage ein... Ah, nee, Rathalos. Äh, ach so, hier ist die Kirin-Quest, die ab und zu mal aufploppt. Die interessiert mich jetzt eher weniger. Geschenk des Himmels poppt hier auch ab und zu mal auf. Interessiert mich jetzt auch weniger. Oh. Und tatsächlich noch eine neue Katzen-Quest. Er jage alle großen Monster. Okay, das sind die ganzen... Ja, das heißt auch Drome-Huts. Das sind die ganzen Drones. In der Arena, das sollte auch gar nicht so schwierig werden. Es sei denn, sie sind alle vier gleichzeitig da. Was in der Arena durchaus passieren kann. Ähm, aber das heißt, dass ich mich jetzt erstmal dieser Katzen-Quest hier widmen werde. Ah, nee, hier aber dringend wollte ich mal reinschauen. Genau, Grabesstille. Er lege einen Nakarkos. Er lege einen Akantor. Vyvansend, ja, das kenne ich. Kamininsel kenne ich nicht. Polarfeld ist auch keine der Ice-Maps, die wir, glaube ich, bisher hatten. Er lege einen Ukanlos. Und Phantom-Cinne ist, glaube ich, auch neu, ne? Er lege einen Amatsu. Also, sie haben, glaube ich, noch alle ihr eigenes Gebiet auch mitgebracht. Sehr nice. Es ist übrigens unglaublich, wie umfangreich dieses Spiel ist. Also, im Hub, was es da noch alles an Aufgaben gibt, es gibt die ganzen Hub-Quests. Dann gibt es noch, äh, Quests, wo man spezielle, äh, sag ich mal, Eintrittskarten für braucht. Äh, wie heißen die denn nochmal? Spezial-Quests oder so? Ich weiß es nicht. Sie haben auch einen speziellen Namen. Das muss man sich erst verdienen, die machen zu können. Dann gibt es noch diese Ferros-Quests und Monster. Und man kann auch irgendwie neuerdings Rüstungsteile verschmelzen. Und es ist echt der Wahnsinn, wie viel Content, ähm, dieses Spiel hat. Und, ähm, ja, ich glaube, der Village, wenn ich mit dem Village-Quest durch bin, habe ich ungefähr 30% des Spiels gesehen, ja? Und ich bin schon, glaube ich, mittlerweile weit über 100 Stunden dabei. Es ist echt einfach der Wahnsinn, was dieses Spiel alles liefert. Nichtsdestotrotz, jetzt begeben wir uns erstmal, hören wir mal auf zu quatschen, und begeben uns hier auf die Katzen-Quest. So, Drome hat's am Frostseeweg. Aber auch das muss mich nicht weiter... Nein! Es wäre mir fast schon wieder passiert, dass ich beim Quest-Bestätigen in die falsche Quest gerutscht bin. Genau, das hier ist in der Arena. Ich habe immer noch meine Duramboros-Waffe, glaube ich, an. Und? Schauen wir mal. Ich überlege gerade, kann ich mit der Katze eigentlich essen, ne? Ich dachte, ich hätte ein hübsches Helferlein gefunden. Doch der Kleine sagte, ich soll mich erstmal in der Arena beweisen. Es wäre eine große Hilfe für mich, wenn du alle Monster erjagen könntest. Ja, das ist super. Er oder sie, ne, sie soll sich beweisen, aber ich soll die Monster erjagen. Okay, da rennen schon mal mindestens zwei rum. Ist das denn? Muss das so? Ich knöpfe mir erstmal den Blauen vor. Warum ist denn der andere so viel größer? Und warum liege ich hier schon britzelnderweise am Boden? Lasst mich doch mal in Ruhe hier den Blauen bekämpfen. Das ist ja echt ein bisschen unangenehm, dass die direkt von Anfang an zu zweit hier sind. Ich habe übrigens gelernt von einem meiner Kommentatoren, dass man die Haselnüsse oder die Nüsschen zum Leben auffüllen auch wieder auffüllen kann, wenn man schläft. Aber ich fürchte, dass es trifft hier auf die Arena gar nicht zu. Boah, das ist aber echt... Das wird ja noch lustig werden. Ey, man kann das doch gar nicht so im Auge behalten. Wo ist denn der Blaue jetzt hin? So weit gehüpft, geil. Boah, ich vermute mal, die anderen beiden kommen dann auch noch zu zweit. Kann das sein? Vielleicht müsste man da auch tatsächlich mal gucken, was diese Arena hier so bietet. Erste Hilfe. Ja, die hilft mir mal gar nicht weiter. Hilft mir das hier irgendwie weiter? Ja, ich kann es benutzen. Achso, man kann hier... Okay. Wenn ich sie so trennen kann, das wäre natürlich ziemlich genial. Dann würde ich das nämlich erstmal probieren. Hm. Okay, man kann es nicht wieder rückgängig machen. Gucken, was hier so drin lief. Vielleicht liegt hier noch Ballistenmunition drin. Simple, große, große Fassbombe. Kleine Fassbombe. Kleine Fassbombe. Aber kann ich eh alles nicht benutzen. Oh Gott. Das war schon mal wieder ein zweites Nüsschen. Könnte ich denn theoretisch als Katze die Ballisten hier benutzen? Okay, das... Irgendwann geht die Wand halt einfach auch wieder runter. Ja, anscheinend, wenn ich Munition hätte, könnte ich sie sogar eventuell benutzen. Okay, das war jetzt gar nicht so dumm gewesen. Kann ich da wohl auch ein Monster drauf aufspießen? Das wäre ja schon irgendwie lustig. Naja gut, alles, was hier so drin liegt, bringt mir ehrlich gesagt mal gar nichts. Weil ich kann es nicht benutzen als Katze. Ich komme hier selber auch nicht mehr durch. Das ist ja jetzt ein bisschen dämlich irgendwie. Ich werde immerhin geheilt. Das ist schön. Aber ich muss nächstes Mal darauf achten, wenn ich das wirklich benutzen will hier. Okay. Dass zumindest einer von den beiden auch auf meiner Seite ist. Wer auch immer. Ah, warum kann ich das denn nicht benutzen? Kann ich das vielleicht nur zweimal pro Kampf machen? Ja, Zaunschalter ist einsatzbereit. Okay. Dann schauen wir doch nochmal, ob ich eventuell einen von denen auf die andere Seite bekomme. Und den anderen nicht. Das wäre vielleicht eine ganz gute Strategie hier, wenn die immer zu zweit hier rumrennen. Okay. Das war jetzt auch nicht so prall gewesen. Jetzt habe ich nämlich meine kleinen Helferlein ausgesperrt. Ah ne, da ist einer wieder. Da hat sich anscheinend unten durchgebuddelt. Oh nein, schade, dass ich das nicht getroffen habe. Okay, den habe ich auch mal ein paar Mal gut vom Kopf gewemst. Das ist die positive Nachricht. Dann muss ich hier echt mal ein bisschen mehr durch die Gegend hüpfen. Um nicht ganz so viel Schaden zu nehmen. Okay, das Tor ist wieder unten. Der Zaun ist in 20 Sekunden einsatzbereit. Ach, jetzt bin ich wieder wütend. Nice. Aber da habe ich keine Ausweichrollen machen. Dann ist der Wütenstatus nämlich direkt wieder weg. Oh nein, aber der eine da humpelt. Naja, dann können sie sich noch ein bisschen mit meinen Katzenfreunden da abgeben. Ach ne, die Katzenfreunde buddeln sich ja auch zu mir durch. Entkätzlich. Ich habe auch keine Ahnung, was entkätzlich macht. Komm, Zaun, geh mal runter. Jo, ein bisschen Heilung. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, um den Kampf ein bisschen raus zu zögern. Einfach, dann kriege ich irgendwann Heilung von meinen kleinen Begleitern. Mann, schade, dass es hier keine Fallen drin gibt, die ich besser benutzen kann. Danke für die Heilung. Nein. Also sie hängen auch immer ganz schön nah zusammen rum. Es ist eigentlich kaum möglich, sie zu trennen. Aber der Blaue hat doch schon gerumpelt, oder? Oh Gott. Mal gucken, was entkätzlich macht. Ach so, entkätzlich löst direkt meinen Wutanfall aus, oder was? Ja, halt nicht. So, er humpelt. Der Zaunschalter ist wieder einsatzbereit. Okay, wenn einer Lust hat, in die Falle zu gehen, würde ich da natürlich auch erstmal nicht Nein sagen. Ach, komm. Okay, er ist drin. Dann werde ich ihm jetzt auch mal Zunder geben müssen. Ich finde ja, der Blaue könnte jetzt so langsam mal sterben, oder? Boah, warum geht? Ich wollte gerade sagen, warum geht der denn die ganze Zeit so ab? Ich drücke gar nichts oder mache gar nichts und er fängt einfach an Saltos zu schlagen. Aber das könnte natürlich irgendwie am Entkätzlichen liegen. So, jetzt ist die Frage, gibt es hier eigentlich ein Bett? Ja, ein Bett gibt es, aber ich kann die Arena ja nicht mehr verlassen, ne? Das ist so ein bisschen der Trick an der Sache. Ja, der Weg ist ziemlich einseitig. Das ist so ein Problem. Schade, schade. Wo ist denn der Blaue? Ach, da. So, hat er es endlich geschafft? Ja, er ist tot. Das ist gut. So, er macht auch schon schlapp, oder was? Okay, das Entkätzliche macht mich anscheinend instant wütend. Einmal den Rücken massiert. Was? Ich habe ihn als Katze bestiegen? Wie geht das denn? Das habe ich ja noch nie gemacht. Wie cool ist das denn? Okay, er liegt. Da müssen wir da jetzt mal schnell hin. Oh nein! Oh Gott, da kommt schon die oder der Nächste. Kann das sein? Ich glaube, es ist nur einer. Aber ich sollte mich trotzdem erstmal an den hier natürlich halten. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, weil der jetzt natürlich ganz schön wild ist. Der hat ja noch gar keine Ausdauer oder so einen Spaß verloren. Aber vielleicht kann ich die jetzt gerade mal trennen. Yo. Autsch. Aua, der haut jetzt aber doch hier ganz schön rein. Jungs, wie wäre es denn nochmal mit einer Heilung? Und wie wäre es, wenn du hier mal aufhören würdest rumzuhüpfen? Also, ich meine den Gegner. Oh, Junge. Okay, Erdnuss oder Haselnuss. Das wird ganz schön eng, glaube ich, werden insgesamt. Aber er humpelt auch. Das ist auch schon mal gut. Ah, und irgendwer frisst mich hier. Es kann nicht wahr sein. Ist er tot? Ja, das sieht ganz so aus. Das ist gut. Muss ich jetzt probieren, möglichst viel Schaden auf den zu machen. Bis der nächste mal rauskommt. Oh Gott, oh Gott. Oh, Heilung. Danke. Sehr schön. Noch mehr Heilung. Danke schön. Oh, oh. Das war nicht so gedacht. Ich dachte, er bleibt stehen und ich kann ihm das Ding schön reinwürgen. Aber das hat nicht geklappt. Das schon wieder besser. Okay, da kommt der letzte. Da wäre natürlich auch cool, wenn wir die nochmal getrennt kriegen würden. Oder den sogar in die Falle. So, getrennt hätten wir sie. So, kommst du jetzt nochmal in die Falle rein? Das wäre so spitzenmäßig. Komm, bitte, bitte, bitte. Komm mal hier hin. Aber er geht nur auf meine Kleinen. Das gibt es doch nicht. Jetzt komm doch mal hier hin. Guck mal, jetzt stehen wir sogar zu zweit hier. Und er geht auf den Einzigen, der nicht hier steht. Stehen wir alle hier. Es geht doch. So, je schneller der kaputt ist, desto besser ist es. Der andere ist nämlich der letzte. Und dann ist der nämlich alleine. Und der ist auch noch vergiftet hier. Die Zaunschalter sind einsatzbereit. So, schön wieder getrennt. Gut, dass ich das rausgefunden habe gerade. Ah, schade, dass er zurückgedrängt wurde. Aber am Anfang habe ich ja echt Zweifel gehabt, ob ich den Kampf packen werde beim ersten Mal. Aber das sieht ja jetzt, glaube ich, doch ganz gut aus. Boah, einmal das Rad voll in die Fresse. So muss das sein. Und, ist er tot? Ne, er hechelt nur. Aber egal, auch das werde ich mal kurz nutzen. Er sieht nicht mehr so frisch aus. Das ist auf jeden Fall gut für mich. Aua, Junge. Heilung. Oh, shit, jetzt bin ich vergiftet. Aber meine Kumpel könnten mich eventuell heilen, beziehungsweise entgiften. Oh, falscher. Danke, 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 danke. Ist er tot? Ja, sieht ganz so aus. Na dann. Okay, dann ist der Rest hier ja auch überhaupt kein Problem mehr. Oh, ist er denn, er vergiftet mich noch 30.000 Mal. Das könnte in der Tat noch unangenehm werden. Autsch. Autsch. Naja, ich kann ja so auch noch einmal sterben und hab noch ein Nüsschen. Das heißt, drei Nüsschen insgesamt plus eine Vollheilung durch Tod. Okay, jetzt kommt schon mal die nächste Nuss hier. Der ist noch ganz schön wild, der Junge. Das müssen wir eben dringend austreiben. Ach Mann, ey, der ist aber... Das macht mir jetzt gerade doch irgendwie wieder Sorgen, wie der sich hier aufführt. Oh, und schon wieder vergiftet. Heilt mich. Beziehungsweise entgiftet mich. Der ist auch ordentlich wütend. Der steigt ja schon quasi Dampf aus den Ohren. Naja, ich glaube, ich wurde gerade geheilt oder so. Aber egal, noch einmal volles Leben und zwei Nüsschen sollten für diesen letzten Drome eigentlich reichen. Danke, danke, danke fürs nette Abladen hier. Naja, er geifert immerhin. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, dass er zumindest nicht mehr ganz so wild ist. Ja, das fühlt sich jetzt auch nicht mehr ganz so wild an wie gerade. Das geht doch jetzt auf einmal wesentlich besser. Das merkt man echt krass mehr, wie wild die Monster am Anfang sind und wie das dann echt nachlässt im Laufe der Zeit. Seitdem, sie kommen natürlich nochmal in den Wütenzustand. Wütend ist natürlich immer wild. Autsch. Aua. Aua. Jo, eine Heilung. Besten Dank. Aua. 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 Ah, er ist echt irgendwie, habe ich das Gefühl, doch ein bisschen härter als die anderen drei davor. Oder habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt? Das kann natürlich auch sein. Vor allem, dem muss da auch mal sein Horn da brechen. Gleich geht das erste Nüsschenbraten. Ich habe auch gar nicht mein Dämonenhorn benutzt, fällt mir gerade ein. Und vielleicht gehe ich auch nochmal direkt in den Wütenzustand, obwohl ich jetzt wahrscheinlich eh gleich drauf gehen werde. Jungs, wie sieht es denn mal mit ein bisschen Heilung aus? Da kommt sie. Ja, die kam auch noch rechtzeitig. Sehr gut. Aber sein Horn will echt mal so gar nicht brechen. Ist er quasi der Endgegner von den Vieren? Okay, der Endgegner liegt am Boden. Mist. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hä, hallo? Eine Falle. Eine Falle nehme ich gerne mit. Dafür müssen wir uns allerdings auch mal organisiert hier hinstellen. Komm Kätzchen, komm zu mir. Das wäre echt geil, wenn sich die Katzen mal selbstständig auch richtig positionieren würden an so einer Falle oder hinter so einer Falle. Kommst du jetzt mal hier hin? Ach komm, jetzt spring hier nicht durch die Gegend, sondern komm mal hier hin. Er kommt einfach nicht. Er spuckt seinen Modder meilenweit durch die Gegend und springt hier meilenweit durch die Gegend, aber in diese Falle will er einfach nicht kommen, ja? Komm, Junge. Ey, ich kotze ab. Kannst du einfach mal in die Falle laufen, Mann? Verdammt. Jawoll, die hier meine Kätzchen haben ihm jetzt das Horn abgemacht. So, einfach in die Falle stellen, dann läuft das auch. Dann springt er nämlich genau in die Falle, wenn er einen erreichen will. Ja, das war vom Bergwinkel hier nicht ganz so gut. Ja, spring noch schön aus meiner Rolle raus. So, ich glaube, er kann auch nicht mehr so viel, aber er hat doch gefühlt wesentlich länger gedauert als die anderen. Aber es ist ja ein bisschen mager, was du hier raushaust, mein Freund. Ah, jetzt hat er mich doch nochmal erwischt. Oh. Oh, vergiftet. Shit, shit, shit. Ich wollte eigentlich noch ausweichen zur Seite, aber es hat nicht mehr gereicht. Oh, da kommt auch schon die Entgiftung. Sehr gut. Und da kommt der nächste Gift. Scheiße. Äh, das nächste Gift. Oh. 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 Mann, 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 Mann. Er könnte langsam mal wenigstens anfangen zu rumpeln. Ansonsten fängt es mir gerade an, Sorgen zu machen. Oh, da kommt wenigstens nochmal eine kleine Heilung. Entgiftung wäre zwar irgendwie besser gewesen. Lässt dieses Gift eigentlich irgendwann mal nach? Nein, das wollte ich nicht. Und tot. Wieder eine Falle. Das ist sehr cool. Ich wollte eigentlich das Dämonenhorn nutzen und nicht das Entkätzchen. So, jetzt haben wir auf, da rumzurotzen, sondern komm her. Jawohl, wieder in der Falle. Sehr schön. Also langsam muss der doch echt mal den Geist aufgeben. Das gibt es doch gar nicht. Ich glaube, das sind gerade wütend Wolken an seinem Maul und gar kein Geifer. Kann das sein? Ja, ne? Ah, eine große Heilung. Opla, ein großer Teil davon ist auch direkt wieder weg. Weg. Ja, was für ein entkätzliches Monster. Richtig. Und wieder vergiftet. Ach, ja, okay. Er ist gestorben, ohne dass er einmal gehumpelt hat. Was jetzt natürlich auch ganz okay ist für mich. Er kann auch ruhig sterben, ohne zu humpeln, wenn er denn irgendwann stirbt. Ja, cool. Vierfach Katzen-Quest auch erledigt. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr Katzen-Quests. Aber ich glaube, das war so die übliche Anzahl im High-Rank gewesen. Ja, und wenn es das war, dann können wir uns beim nächsten Mal wenigstens mal den Narkarkos angucken und die ganze andere restliche Truppe, die er noch so bei sich hat. Ich hatte simple Schockfallen dabei. Ah, gut, aber ich kann den ganzen Kram ja eh nicht nutzen. Und ein Feline-Code. Ja, cool, cool. Also, wie gesagt, beim nächsten Mal dringende Quest Narkarkos. Ich glaube kaum, dass in einer Quest viel mehr Zeit als für einen dieser Gegner sein wird. Zumindest nicht für den Narkarkos. Auf jeden Fall er und seine anderen drei Kumpanen. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.